Humorvolles Bühnenprogramm, Cosplay-Wettbewerb, die Möglichkeit neue Editionen anzuzocken und ein exklusiver Event-Download. So kennen und mögen wir den Pokémon Day seit inzwischen 10 Jahren. Im Jahr 2014 war davon allerdings wenig zu merken. Sagte ich gerade wenig? Ich meinte natürlich gar nichts. Musik 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 Das ist, wie formuliert man das jetzt schonend, also dass es ein wenig anders als sonst werden würde, war uns schon relativ klar, als bekannt wurde, dass der Pokémon Day dieses Jahr gar nicht Pokémon Day, sondern Pokémon Kids Tour heißt und sich speziell an Kinder und Neueinsteiger richtet. Trotzdem beschlossen wir mal vorbeizufahren und uns selbst davon zu überzeugen, wie schlimm es wirklich werden würde. Vielleicht erleben wir ja doch eine freudige Überraschung. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Musik Als wir ankamen, stellte sich schnell heraus, dass wir als langjährige Pokémon-Fans hier tatsächlich die falsche Zielgruppe sind. Wir wussten es eigentlich schon vorab, wir wollten es nur nicht wahrhaben. Es beginnt schon damit, dass die Bühne fehlte, sodass Bühnenprogramm und Cosplay-Wettbewerb ersatzlos gestrichen wurden. Musik Im silbernen Pokémon-Kerevan, vor dem zumindest Igamaro, Funx und Froxy aufgebaut waren, konnte man Pokémon X und Y anzocken. Leider aber nicht Omega Rubin und Alpha Saphir und ein Event-Pokémon wurde auch nicht verteilt. Ein angrenzendes Zelt bot zwei Minispiele, ein Glücksrad und die Pokémon-Tastbox, sowie einen Tisch, an dem die Kinder Pokémon malen konnten. Ganz im Stil der Pokémon Art Academy. Musik Ja und das war's. Für uns alte Knacker gab's hier allerdings wenig zu tun, zumal wir X und Y längst durchgespielt haben und es daher nicht noch einmal antesten müssen. Stattdessen trug ich zwei Kämpfe gegen Chico aus, von denen ich einen gewann und einen verlor. Beim zweiten Kampf habe ich es tatsächlich geschafft, Chicos unbesiegbares Shiny Darkrai umzunieten. Muhahaha! Aber sehr viel länger als eine halbe Stunde hielten wir uns nicht am Veranstaltungsort auf. Stattdessen fuhren wir den benachbarten Olympiaturm hinauf und sahen uns München von oben an. Anschließend verbrachten wir den Rest des Tages im Sea Life, das sich ebenfalls nur wenige Meter entfernt befindet. So war's prinzipiell doch ein schöner Nachmittag. Aber das war nicht der Verdienst der Pokémon Kids Tour. Das war nicht der Verdienst, das war nicht der Verdienst. Das war nicht der Verdienst, das war nicht der Verdienst, das war nicht der Verdienst. Das war nicht der Verdienst, das war nicht der Verdienst, das war nicht der Verdienst. Das war nicht der Verdienst, das war nicht der Verdienst. Das war nicht der Verdienst, das war nicht der Verdienst. Fazit. Wir bleiben Pokémon-Fans. und unsere Vorbestellungen für Omega Rubin und Alpha Saphir bleiben bestehen, keine Frage. Von der Pokémon Kids Tour sind wir allerdings enttäuscht. Wir sind hingefahren, um uns selbst ein Bild davon zu machen, um der Tour zumindest eine Chance zu geben und eben auch für die komplette Sammlung. Immerhin waren wir seit 2004 auf jedem Pokémon Day. Wenn es allerdings nächstes Jahr wieder eine Kids Tour anstatt einem normalen Pokémon Day gibt, dann fahren wir vermutlich nicht wieder hin. Also Nintendo, bitte nächstes Jahr wieder einen herkömmlichen Pokémon Day. Die langjährigen Fans werden es euch danken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017